Die 3D-Konstruktion, die durch die Nutzung von Multijet Fusion möglich ist, kann einfließen ins Produkt. Da entstehen völlig neue Produkte mit neuen Funktionalitäten, die es bis dato nicht möglich war. Before HP came onto the market with this new technology, we couldn't deliver a product with the same durability, the same quality and in the same time. Thanks to the Multijet Fusion process, we are able to spend 10 hours of work with an orthopedic technician. EA11 is a fantastic new material for us because it's more dynamic. This is one of the big priorities for us. We are producing products that go on people's bodies. They are moving all the time and the material has to move too. Generell bei Orthesen aller Art, wenn man sich eine DAFO anschaut, es geht um sehr dünnwandige Druckgüter. So was unterliegt sehr elastischen Belastungen die ganze Zeit. Es ist eine hohe Flexibilität erforderlich bei einem dünnwandigen Druck. Und da haben wir mit PA11 sehr gute Erfahrungswerte. With PA11 we can also make products thinner, lighter, easier to clean, softer on the skin. We can bring in new features and new functions and increase the quality of life of our patients even more. Unsere Erfahrungswerte sind die, dass wenn wir durch die Nutzung von Multijet Fusion Verfahren 30% Kosten für Ersparnis haben im Vergleich zu anderen Verfahren die gleiche Güte bieten. Und das ist einfach ein riesen Benefit. HP has changed the game for every orthopedic business in the world. We can play with ideas, we can test ideas and we can find the perfect solution for our patients much better and much faster. Hertzberg, its zu dir, was auf die Nutzung die Welt. Deswegen ist auf jeden Fall an 1-1-2-3-3-4-3-4-4-3-4-4-3-0-4-4-4-4-1-4-4-4. Headstrong T01 in 5-1-4-4-0-5-4-3-3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-6-4-5-5-4-5-4-7-4-6-4-5-4-5-4-5-4-4-7-4-5-5-4-3. Wir können auch auf den Hang-Soft ein queens. Wir können auch auf den Terminen nach. Wir können auch auf die Nutzung des Bühne bis zum Deinen zu tun. Vielen Dank.